Guuuut! Weiter geht's im All! Ich zittere, ich zittere. En garde, touché! Ein Affe in einem Négligé? Deine Mutter trägt ein Toupet. Der war nicht schlecht. Der wird doch alles schon rausgefäffert. Dacht ich auch. Ich muss dir alles nochmal machen! Oh, schau! Das leuchtet schon! Okay, wir können eigentlich rein. Hier ist alles schon gedreht. Wir dürfen reinspringen, Marco! Komm in den Traktorstrahl! Oh, Junge! In den Traktor-Aal! Oh, Junge! Oh, Junge! Ich denke, ich werde in den Haken dieses! Mhm, mhm, mhm! Mhm, mhm, mhm! Es sieht so aus, als wird man hier eingesaugt. Oh, was ist das? Achso, du kannst es locken! Ah! Äh... Warte mal, steh ich mir drauf! Schnell, steh drauf! Was machst du denn? Gut! Aha! Schön! Ich wusste, ich könnte es herausfinden! Äh, hallo! Es gibt kein Eingang im Teamwork! Okay, Dr. Hakim! Äh? Ich muss da noch mal rein! Ah, genau! Ah, genau! Du kannst die Minima! Die Minima! Die Minima! Währenddessen noch mal ein bisschen im Kreis hier! Nein, du sollst nicht aufhören! Wieso... Doch, hör auf. Lass es. Zu viel Strom. Du musst den Buton pushen. Welchen Buton? Da, ganz hinten. Da. Ach so. Ah, okay. Ach, der macht die Energie. Zack. Wurscht. Wurscht. Oh. Oh, wow. Okay, so, uh, this is creepy. No, look. He's tracking her well-being. Yeah, yeah, still super creepy. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. I mean, she, she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Yeah? Okay. But, yeah, what about her, uh, her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, nah, I'm sorry. This, this space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this, this creepy place. Hey, 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 how about, uh, how about maybe we can, uh, beam ourselves back to Rose from here? No, careful! Boom! Yeah, boom! It's working! Doesn't sound like it! Whoa! It's boss time again! Oh God, it's a monkey! Der beamt auf mir, oh God, 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 oh Scheiße! Uh, 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 was? 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 Was muss ich machen? Ich darf die Stimmen aber auf jeden Fall. Ich werde den hier irgendwo rein lenken. Ja, auch, versucht sie mal genau darauf zu lenken. Okay, ich sehe leider nichts. Ich kann auch nicht die Kamera drehen, weil ich da nicht springen kann. Da, da muss ich drauf, da, Bart! Nee, doch nicht. Vorsicht, Marco! Auch, kein Problem. Das muss ich nicht machen! Au! Ah, hier kann man den Huton pushen. Jetzt kannst du ihn da rein lenken. Barts! That was your Fusion Corps! Oh God! Bam! Hey, Schuze! Das ist super nervig. Ich habe ihn schon erwähnt mit dem Stick, dass er immer eine Rechnung trifft. Ja. Oh ja, komm her, ich habe sie hoch gemacht. Ja, der, 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 du musst eschen. Ich kann nicht nochmal. Ach, ja. Der, 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 der. Der, 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 der. ich bin gar nichts wo ist der letzte ich sehe nicht hier kann man an der Wand laufen okay ich krieg einen Laser, ich komm zu dir sag, 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 oh was, ach so ah, okay, ist die Wand hoch, oder? ha! jetzt holen wir ihn auch raus aus der Kuppel hier ein kaputt, Pullien Laser ich komm nicht ran ach so, wo es wachsen ah, warte, warte, warte ich fange ihn am Schniepel hab ich hey können wir ihn nicht nochmal benutzen? hey, rockets? ich dachte, ich könnte ausweichen die machen wir nichts mehr aus, oder? ich dachte, ich kann das tanken was müssen wir machen? vorsichtig ist genau eine hinter dir ist genau eine ah, okay, wir müssen den lang genug ausweichen, bis den der Strom ausgeht da einfach so Strom das ist ein E oh Gott okay Iraki was ist los mit dir? was ist mit Iraki? was? oh Gott, das war knapp dash, 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 ich bin da ah, jetzt kannst du draufsetzen und versuch, der hat oben unten gedreht oh der ist ja sogar noch selbst nein, meine Rakete nein, meine Rakete oh, die andere sind noch hinter dir ich will auch noch aha komm schon leg dich hin, leg dich schlafen dankeschön ich will auch nochmal hier ordentlich zack ach, verdammt ich häng das nicht hin ich steuere immer sofort nach unten ich vergesse es so ein bisschen vor wieder uh, uh, die weg gut so, jetzt aber komm, und, und, und wir versuchen es nochmal diesmal hoch, hoch damit ja oh Gott, invertiert ist echt trauenvoll wow, das war ja, jetzt wenigstens einer, das übersteuern kann oh, Gott, Mann 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 Eject ich hab doch noch ein Doppelspiel gemacht alles gut wow solange du lebst ist alles cool ja, der ist aber gerade ziemlich eng oh, Gott, nein nein, Doppel, Doppelstrahlen ach, du Scheiß Doppelstrahlen Marco Aua, beeil dich I'm on my way oh, Gott noch ein Strahl Knochenstrahl 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 alter, was ist das denn? jetzt sind die auch noch so komischen Flächen auf dem Boden Marco, ich sterbe ich kann nicht mehr oh, guck dir das mal an ja, genau das oh, oh, oh Aua, ich bin fast tot Aua, 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 Aua Aua oh, Gott, da ist er wieder nein, ich bin tot überlebe, 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 Marco kein Problem ich bin hier sicher was sagt er noch was sagt er jetzt noch Aua Aua, Alter zu viele Strahlen oh, Gott oh, Gott oh ich bin hier sicher, sagt er hey, mir passiert hier nicht oh, Gott, ich bin fast tot hu, ouch Marco, ich sterbe gleich ja, das ist kein Problem ich bin tot halt eben auf warte, 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 warte warte, warte na gut Alter, hier ist gleich alles rot auf dem Feld Aua oh, Gott, oh, Alter das ist doch schon ganz schön heftig, muss ich sagen gerade Aua ach, nein, ich bin tot gecheckt ja, gleich klauen gleich steuern hier hey, May was ist passiert? get ready I'm going after him hey I found something I think we can use it don't touch anything you shouldn't ja, just trust me keep him in sight da sagst du auch mal ballern boah jetzt kommt der Laser oh, Alter, wie gemein wir sind okay äh, wo ist er denn? hey could you drive this thing a bit more carefully please? oh my UFO driving skills baller mal, kannst du ballern? oh ist er sich irgendwo versteckt oder was? ich weiß nicht mal, können wir ihn irgendwie sehen ach so warte mal, kann ich bei dir auf der Karte sehen? das ist ein Pfeil so, stimmt wo ist er denn? komm her da ist er aha ammer dich, kleiner Affenjunge ja jihihi batz direkt hit he's got a barrier of some sort a barrier a couple more shots should do it barrier, maria, no more stop it I'm Rosie's only friend she needs me goodie na no, you missed now did I lose for the dark side gegen die dunkle Seite verlieren wir sind nicht die dunkle Seite wir sind die guten wir verballern dich nur weil du der böse bist ah boom boom Moombaboon wie wir zurückkommen zu Rose? ich kann dich nicht verraten sie ich bin sie beste Freund hallo, sie hat nicht mit dir gespielt seit Jahren ok? ihr habt ihr monitoriert sie komm mal, payt sie vielleicht können wir helfen dir wiederum wiederum huh ihr denkt so? ja ich kann mich röse spielen mit dir wiederum aber du musst helfen uns zurück zu ihr ok aber du musst dir dass du sie nicht schreit ja, ja, ja wir sagen ok erzähl röse dass was passiert ich werde immer ihr beste Freund schreit 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 oh oh sie ist da schreit röse schreit 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 nöten Es ist hier, um den Geheimnis zu verbreiten. Starling! Sie können uns gar nicht fühlen. Was werden wir tun? Warte! Warte, schau mal! Warte, schau mal! Hast du das gesehen? Wir haben die Macht, um die Dinge zu verbreiten, um sie zu erinnern. Ja, das ist perfekt. Wir machen... Wir machen etwas, was Rose liebt, um sie zu schreien. Was? Die Elefanten! Rose liebt ihre Elefanten! Sie ist eine beste Freundin! Wir zerstören die Elefanten. Wir machen Rose schreien. Oh mein Gott, Mei. Das ist eine großartige Idee! Sie schreien ein Riefer! Ja! All right, jetzt müssen wir... Wir müssen uns durch ihre Geräte. Das wäre viel einfacher, wenn Sie die Wohnung verbreiten. Ja, auf jeden Fall habe ich sie nicht gekauft. Die haben es doch echt nicht verstanden, oder? Die waren... Story drumherum! Oder? Ist ja nicht so, ja. Alter Schwede, die beiden sind auch irgendwie einfach nur Arschgeigen! Man soll sich doch trennen! Alter Schwede! Ja, wir müssen sie einfach nur zu Beinen bringen! Genau! Toll! Also der Space Monkey hatte definitiv recht! Ja, ja! Der hätte sie nicht wieder rauslassen sollen und nicht einfach sagen sollen... Nee, okay! Ihr seid Arschgeigen! Oh! Kann ich Auto fahren? Kann ich alles mit, äh... Äh... Es ist Zeit für einen neuen Freund! Boah! Ich muss sich schieben wahrscheinlich! Sie hat es gemacht! Aber... Lassen Sie hat sie wieder auf den Weg gebracht! Ich... Ich weiß nicht warum! Okay, wir müssen es einfach finden! Nee, ich kann rückwärts und nicht drehen! Äh? Achso, das ist ein Aufziehauto! Kannst du loslassen! Ja, genau! Bestimmt so eine Aufziehfeder! Und... 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 Go, Marco! Ohoho! Ach! Oh, jetzt ist ein roter Flitzer! Oh, rot ist doch viel besser! Ach, da muss ich dich einfach nur hochfahren lassen! Okay! Ja, muss mich einfach nur zurückziehen! So! Zack, zack, zack! Und... Nee, das geht daneben! Ohohoho! Das würde auch nix! Das würde auch nix! Du musst mit lenken, ne? Nee, ich kann nicht lenken! So! Keine Lenkung! Na gut, okay! Und blauer! Komm, ich zieh dich! Du willst mich ziehen? Meinst du, kannst du es besser? Ich kann gar nicht mehr groß werden! Los, los, los! Stimmt, dein Württel ist weg! Nein, ich kann doch nicht mehr an Wänden laufen! Und... Ja! Feuer! Ja! Ja! Oh! Achso, wir müssen also, weil... Oh! Jetzt müssen wir auch noch die Feder grad... Wir müssen immer noch... Immer bis zum Maximum, sag ich bin da... Das, geh weg! Geht! 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 Ja, noch ein bisschen nach rechts! Ja, ne, nicht so! Aber ich glaube, weiter zurück musst du gar nicht! Oh! Oh! Das war doch so weit! Das war auch schon zu viel! Oha! Okay! Ups! Hey! Und dann ziehst du alle! Das war gut! Das war gut! Entschuldigung, gut! Ich kann den nicht... Ich könnte nicht mehr loslassen, damit ich den einmal angefasst hätte! Achso. Achso, das müssen wir gar nicht machen. Aua. Das Achievement knallharter Tropfgänger haben wir gekriegt. Was muss ich machen? Achso. Bleib möglichst lange auf dem Bullen. Ja. Und wie? Oh Gott, Quicktime Events. Nein. Weiß doch nicht, wo die Tasten liegen. Weiß nicht, wo die Tasten liegen. Das ist es. Almost. B. Wo ist mein Cowboy? All righty. Swinging around over there, Vang. Fuck, wo ist ein B? Ich bin ein Winner. Du bist ein Winner mit einem Swap. Ja, aber in so einem Minispiel geht das. Aber wenn ich es mal brauche, im Ernstfall, dann wirklich mal das andere. Ja. Naja. Ist okay. Hast auch mal was gewonnen. Was? Frech. Oh. Hat er nicht gesagt. Bällebahn. Ach, er stirbt mit Alita Schwede. Ah, nein. Nein. Ah, kann ich gar nicht rein. Schade. Das ist ein Pfeil. Natürlich. Aber das ist auch so bekloppt. Das Mädchen schreibt auf einem Papier auf dem Bett. Auf dem Bett. Alter, hast du schon mal mit irgendwas auf dem Bett gezeichnet? Oder geschrieben? Ja. Mit einem spitzen Deistell? Mit einem Block als Unterlage. Äh, genau. Das ist wirklich echt das Schlimmste, was es gibt. Tuck, 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 tuck. Oh, da war die Zeit, Rose pushed me in. Warte, warte, warte. Ja. Äh, was ist vor dir? Geld. Ja, du sollst gehen. Zack. Dann kommt Grün. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, Geld. Warte. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ich hab schon damit gerechnet. Ja, das Ding ist, guck mal, ich kann das machen und er trifft aber manchmal nicht. Zack. Oh, schuldigung. Ja. Warte, warte, warte. Und Geld. Und Grün. Und Wieler. Perfekt. Achso. Da müssten Vieren für die sein. Achso, ach da, oben. Ich hab hier unten gewartet. So, ich hab Sex mit ihr. Äh, für dich. Also sechs meine ich. Sechsten. Zweimal sechs. Achso, scheiße. Hä? Hä? Ach, hier ist es da. Achso, ah, ist ein Cowboy. Walsch-Taste. Hallo. Hier randt man schon. Stimmt. Ah, das hätte bestimmt eine Entscheidung gegeben. Egal. Na gut. Weiter geht's durchs Mäuseloch. Oh, oh, oh. Oh, ich hoffe, wir gehen nicht in irgendwelche Mäuschen. Ja. Vielleicht sind sie am liebsten. Und in der Wahrheit helfen uns in diesem Welt. Oh, keine Chance. Ah, was ist denn das hier? Brauchen wir die? Kann ich damit was machen? Nee. Wir sind einfach hier rüber. Hä? Oh, aus von den Arschbomben gemacht ins Bildbad. Oh, Mann, das verknippt. Huh. Vorsicht. Huh. Yes. Nice. Wie macht das Schwein? Oh. Achso. Achso. Wir müssen durch das Schwein. Das heißt, wir hauen hier beide drauf. Dann gehen wir hier durch. Äh, äh, was, 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 was? Ach, du musst da stehen bleiben. Ah, okay. Okay. Also, erst mal Schwein. Zack. Gleich kam Maus. Ich sagte ja, wir startiert Maus. Dann Pferd. Dann Maus. Äh, Schwein. Äh, was haben wir? Bär, Bär, Bär? Nein, Bär. Bär, Bär. Oh, Gott. All right, Cody. Alter, schön. Ganz schön. Okay, beiden. Frosch. Lass mir, was du brauchst. Ja, Hund. Löwe. Löwe. Scharf. Scharf. Cool. Hab ich nicht, hab ich nicht. Frosch, Frosch. Löwe. Kuh hatte keiner, oder? Nee. Doch, da haben wir noch eine Kuh. Da hast du Kuh. Achso, die brauch ich. Da, du stehst schon drauf. Okay, zack, da sind wir. Das ist aber echt tricky gewesen, weil ich hab einfach mal nichts gemacht und dann geht sich aber, weil der Controller sich den Weg einfach runter vom Feld. Ach, ich glaub, zum Geburtstag wünsche ich mir einen neuen Controller, aber das ist so schade, weil das ist ja eigentlich nur diese eine Sache bei diesem Controller. Wär so, oder? Ich trau mich da halt auch nicht hier ran, den heile zu machen. Hast du schon mal einen Controller repariert? Nö, noch nicht. Aber gut, im schlimmsten Fall muss ich mir jeden einkaufen. Ich wollt grad sagen, also wenn du dir sowieso einen neuen holst, kann man... Dann kann man auch mal erstmal versuchen, den kaputt zu machen. Ja. Der ist ja aber schon in Asbach-Urlaub, alt, oder? Urlaub, ja. Urlaub. Der ist ja schon in Asbach-Urlaub. Komm, so rauf, setzen Sie hin. Ja. Hui. Ja, oder bleiben Sie hängen. Will ich da balancieren? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Was? Matematik. Hey, was? Null. Achso, ist sechs. Zwei plus vier. Oh. Hä? Geh auf die vier. Wir hatten doch eben null plus sechs schon. Ey, ich war noch drauf. Äh? Zwei plus zwei ist doch sechs. 16. Neun. Acht. Achso. Sieben. Aber wieso waren vier und zwei falsch? Es war doch sechs. Oder waren wir zu spät? Das war nicht. Äh, sieben, 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 ich geh auf die drei, ich geh auf die drei, ich geh auf die drei. Okay, dann nehm ich die vier. Ah, hör auf, auf die, wer da runter zu laufen. 14. Nehmen wir eine 806. Äh, da. Ich meine, warum muss man hier Mathe machen? Ich hasse Kopf rechnen. Ja, sowas krieg ich hin. Memory. Not my Skon suit. Okay, okay, okay. Oh, ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Ähm. Wat? Oh Gott. Äh, ich nehme mal das hier. Okay. Erdbeere. Banane. Erdbeere, wadda. Erdbeere. Kirsche. Kirsche. Aubergine. Aubergine. Nice. Oh, hier die Banane? Ja. Ja. Bananenstark. Ich mache deine Bananen, ich mache meine Bananen. Ich mache immer meine Bananen. Orange, orange, nice. Easy peasy, Leute. Ja, Mori, können wir. Oh, okay. Komm, steck ran. Zwei, zwei, runter, runter, runter. Achso, ich muss drücken, oder was? Wir müssen beide zeichnen, oder? Hä? Hä? Was? Ich kann links, rechts, und du kannst oben, unten wahrscheinlich. Hä? Wo kannst du hin? In welche Richtung kannst du? Oben, unten. Achso, ja, okay. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass ich hier einfach nur nach vorne gehen kann. Genau, ich kann nach links. Und du machst nach unten? Nach oben, ja. Weiter nach oben. Nach unten. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, 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 hoch, genau. Oh, elf. Okay, das ist interessant gemacht, das ist ganz cool. Was für das, ein Penis. 14, hoch, hoch, 10, 15, wo, 16, da, 16. Was? What the fuck, wie schnell muss man sein? Können wir noch irgendwas anderes drücken? Nein. Okay, probieren wir es nochmal. Äh, äh, äh. Zwei, hoch. Drei, vier. Kann ich echt irgendwie was? Kann doch nicht sein. Komm mal her. Kann ich speed machen? Nee. Scheiße. Nee, wir müssen einfach schnell sein. Okay. Und links. Oben. Vier. Fünf. Irgendwie sind wir jetzt aber schneller. Ja, weil wir jetzt besser sind. Und jetzt 5. 18, 9. Nein. Neu. Kick. Neu. 5. Dreizeln. 15. 15. 15. 16. 17. 18. 19. Unter. 20. O. 23 nach oben einfach 24 25 jetzt erst so wollen wir es gemacht so genau so